Ja, Rewi ist so neugenehm. Wake up! Hallo? Hallo, Rewinzeit! Wie geht's dir? Gut! Okay. Dir auch? Ja, auch, auch. Mir geht's auch. Ich bin so dumm, ich wollte gerade Web-Watsets und Stream aufmachen. Ich bin heute so lost einfach. Okay, wollen wir anfangen? Okay. Okay, ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt an, okay? Ähm, Antonia, wer lacht, der muss unge kitzeln. Klingt fair. Ja, ist für dich auch einfacher. Okay, alles klar. Antonia, kannst du noch lauter sein? Du kannst mich aber lauter machen, richtig? Ich hab die auf 200% irgendwie, aber es ist... Äh... Warte, rede mal. Hallo! Boah, jetzt schreist du mich richtig an, warte. Moin, 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 moin. Ja, super. Okay, alles klar. Okay. Moin, moin, meine aktiven Spritzer. Bleh, leh, 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 leh. Aktiv, Digga. Was ist Vakuum hier? Antonia, ist dir mal eine Sache aufgefallen? Dass alle Streamer in Deutschland, die so wirklich erfolgreich sind, einfach die nur aus losten Clips bestehen. Ja, das ist relativ true. Deshalb wird Danny irgendwann der größte Jumann in Deutschland, weil Danny mit Abstand der dümmste von allen ist. Verstehst du, was ich meine? Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Hi, ja, ja, ja. Ich grüße die Katholische. Okay, ich verstehe. Das Ding ist... Du bist auch gut. Danny macht das auch gar nicht... Danny macht das auch 0,0% mit Absicht. Ist das mal aufgefallen? Nein, Danny hat ein IQ von 86 gehabt. Hi. Hi. Hallo. Na? So schön, dass du da bist. Was kann ich denn für dich tun? Boah, ich hab ein Megaproblem beim Scheißen, Alter. Oh. Okay. Ja, das schreib ich mir mal kurz auf. Schreib dir auf, große Brocken, kleiner Stuhl. Autsch. Das hab ich, no joke, richtig oft. Ja, dann musst du auch mal zu der Ärztin da gehen. So erklär es mal. Ich glaub, dass es keine richtige Ärztin ist. Ich glaub nicht, dass das irgendwas mit... Ich glaub nicht, dass das eine Ärztin ist. Eeeeeecht krass. Kann man da ja trotzdem hingehen. Das hat so gut gepasst. Ich erfahre diese Nachricht zum ersten Mal. Ich höre die Nachricht zum ersten Mal. Ich hab ein Kind. Dann ist es so. Dann ist es so. Understandable. Ich bin einfach weg. Ich bin einfach weg. Einfach mein Vater. Gute... Same. Gute Übergang. Ja, super. Irgendwie das Leben wird besser noch eben. Das bist du, dachte ich gerade, aber... Wieso steht da Reef Zwilling? Wieso steht das da auf? Ja, weil die sieht aus wie du. Guck. Sie ist auch eine Frau und hat braune Haare. Was? Ist eine Frau mit braunen Haaren. Hast du jemanden den Boden gebohrt? Nein! Oh oh. Was ist denn den Boden? Geht ihr bitte runter. Du Blöde! Ich dachte... Du Blöde! Ich dachte, du hast doch einen Boden gebohrt! Ich glaube, es geht los! Hallo! Die hat die Kaution weggesehen an der Stelle. Die ist genau so wie du. Die dachte, jetzt ist es vorbei. Leute, Chef Strubels Vater heißt Robert und sein Spitzname ist Rocky. Ich frag mal ganz kurz, weil es sehr spät ist. Ich glaube, der ist nämlich gerade da. Chef Strubels ist Rocky gerade bei dir? Ja. Ist der noch wach? Ja, der pennt. Wo pennt der? Unter meinem Tisch. Was? Das ist so funny. Chef Strubels Hund heißt Rocky und das ist die ganze Zeit so ein Running Gag. Ist er am Platz oder ein Bett oder was? Aber der Hund von Chef Strubels ist richtig süß. Was viele halt nicht wissen, dass der Hund wirklich Chef Strubels Vater ist. Oh. Das Studium läuft gut. Ich hab Physik studiert. Viel Erfolg! Wir haben uns im Chat drüber geredet, ob das physisch, irgendwas physisch ist. Ob das irgendwie schneller fällt. Und er war so, nein, ich habe Physik studiert. Und er so ganz hat reingeschrieben. Physik. Der ist ja verloren, Digga. Ich probier's mal mit Gemütlichkeit. Mit Junge und Gemütlichkeit. Verstehe nicht, warum Leute immer denken, dass Inscope und ich... Deine, du willst! Oh! Ich hab dich auch gar nicht. Was? Baby. Na mal hier ne Snake. Ey, Colabie. Die beißt ihn, oder? Oh, bitte nicht. Ich find Schlangen so gruselig. Die sind wie ein Regenwurm, nur in groß. Regenbogen? Regenwurm. Ach so. Ja. Beißt ihr den jetzt? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ganz entspannt. Oh, das fänd ich so schrecklich. Wusstet ihr das? 100%. Bist du nicht mit der zusammen? Ja, das ist meine Freundin. Okay. Das sind alle aktuell verhafteten Krimineller, die im Gefängnis sitzen, atmen. Okay, das ist krass. Digga, was magst du? Oh! Oh. Wow. Wow, Digga! Der hat auf jeden Fall das Konzept von Twitch verstanden. Hä? Wie ist das? Was ist das? Schwarz, schwarz, jetzt! Ich bin reich. Ich bin auch auf dem Steam. Bei den Jungs. Ja. Was war das? Oha. Boah, krass. Proben habe ich auch noch. Die ist ja übertrieben gut. Was? Was ist die noch? Was ist die noch? Nice. Jo. Spielt sie das überhaupt selber? Ich will die allerbeste sein. Keiner für mich war. Äh, 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 äh. Ganz allein. Vergehe ich sie mir. Ich kenne die. Das ist so schön. Ich wünsche, dass Nova ab jetzt ist neu synchronisiert. Ich wünsche mir, dass Nova die f*** hält. Ich bin eine Ebene wie Antonia und es sich böse gemacht hat. Das ist so frech. Auf dieselbe Ebene gewinne ich und breche. Das ist so frech, ne? Sascha, komm her. Wir machen eins gegen eins, Sascha. Ey, alle Streamery. Wie packen mich bei schlecht rein bei diesem Boxing? Ich nicht. Ich habe gesagt, dass du mich one-shotten würdest. Ich habe gesagt, ich würde von allem one-shotted werden außer Papa Platte. Den bringe ich um. Ja, verständlich. Gute Ausdauer habe ich. Hast du dich schon mal geprüft, Antonia? Nicht wirklich. Okay. Wenn ich nächstes Mal Madeira bekämpfen will, okay? Lösche ich jetzt mal übelst. Okay. Das ist haargenau selber. Ob ist oder gleich. Soll ich dich überhaupt nehmen? Seit wann ist fünf mal zwei dreizehn? Die Ostsee ist nur ein Krokodil, was Finnland fressen will. Alter, wirklich? Was? Die Ostsee? Die Ostsee ist ein Krokodil? Was Finnland fressen will. Das muss ich jetzt sehen. Real Talk? Warte, da sieht man es doch. Schaut euch das mal an. Ja, doch, 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 doch. So die Schnauze. Ja, weil das den Mund so auf hat. Ja, doch, 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 doch. 1,87. Hä, wie geil. Okay, bist du bereit für noch ein Video? Ja. Oh mein Gott. Ey, ich habe echt einen neuen, neuen Favorite Emoji. Ich kenne diesen, der so, so guckt. Basic Cabin. Einfach Schlaganfall. Man kann doch nichts erkennen. Oh. Was ist los? Meine Gewürze. Was ist hier? Der hat einfach stabil Gras dabei. Oregano. Small Waste. 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 10, 10, 10, was? So ein schlechter Auktionär, der die ganze Zeit verkackt. Der klang irgendwie so semi gesünd. Ja. Das ist 50 mal 5. Der denkt halt wirklich nach. Siehst du das, wie es rattert? 200. 200, ist cool. Wir haben nichts zum Frühstück morgen. Wir haben nichts zum Frühstück morgen. Ich will so in die Jungs-WG, aber ich bin glaube ich einfach zu alt. Das wäre so weird, wenn ich da mitwohnen würde mit drei 14-Jährigen. Ganz ehrlich so. Es wird gar nicht so sehr auffallen, Revi. Das ist unangenehm. Bei der Partie wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das ist so dumm. Also nein, wenn ich so alt gewesen wäre wie die. Wenn ich so alt gewesen wäre wie die. Ja, Revi. Du bist 28. Du bist 28. Bisschen unangenehm schon wieder. Wenn ich mit so Homies in dem Whirlpool chillen. Ja, Revi ist unangenehm. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Ist das ein nackter Mann? Der hat gerade den Walk of Shame einmal kurz gewacht. Ins Haus gerannt? Findest du auch, dass Monte und Trime die übelsten Rentner sind? Auch wenn die sich unterhalten? Ich finde, Max ist eine Mischung aus einem 12- und einem 70-Jährigen. Also, wenn du getragener Unterfisch haben willst, trag deine einfach selber. Und bündest die doch dann. Pfeifert. Danny hat es einfach durchgespielt. Das ist einfach Marketing. Du musst ja auch lernen, wie man den Minecraft Gras sammelt. Verstehst du? Ist doch logisch. Oh, ein Creeper. Oh nein. Oh nein. Kann man so braindead sein? Das sind mir wieder zu viele Szenen. Was passiert da? Schreibung zu dem Clip. Ja. Wir haben über Parsec zusammengespielt und Henke war auf meinem Patreon. Parsec? Parsec, das Programm, wo man zusammen zocken kann. Auf einem PC. Und Henke war auf meinem PC in dem Moment. Das Schöne daran ist, Antonia. Das ist ja... Was? Das ist seine Maus da, weißt du? Ich stehe immer noch auf meinem PC. Ja, ich gucke hier noch um. Richtig mal. Geh mal weiter. Was soll denn das jetzt? So, schreibt er noch schon in meinem Chat. Kann man mal runtergehen? Ja, ja, ich gehe jetzt. Tschüss. Steht immer noch. Ah, Henke! Oh nein! Und dann war in dem Moment mein Stream weg. Er ist oben so aufs Fenster gegangen. Und hat mein OBS geschlossen. Oh mein Gott. Und dann hat er noch aufs Bestätigen geklickt. Er hat mein Streamfenster geschlossen. Das war doch mit Absicht, oder? Und dann nochmal aufs Wollen sie den Stream beenden. Das war doch mit Absicht. Bestätigung nochmal geklickt. Ja, das kann man doch nicht aus Versehen machen. Ich weiß es nicht. So, wir sehen uns dann bei, äh, ne? Später wieder, Revi. Es war... Sonst musste das gleiche noch... Bis später, Revi. Tschüss!